Hallo liebe Leserfreunde, ich möchte euch heute mal am Xtool D1 zwei ganz einfache Projekte zeigen und habe eine Anleitung erstellt, wie ihr in Lightburn Vasen, Steh- oder Hängelampen nach eigenen Wünschen herstellen könnt. Es gibt viele ähnliche zu kaufen, aber was ich noch nicht gefunden habe, eine Vase. Deshalb ein Tutorial für Lightburn für Anfänger. Natürlich dürft ihr die Datei auch fertig downloaden bei mir. Das Gerüst habe ich in einem 3D-Programm erzeugt. Nein, keine Sorge, das müsst ihr natürlich nicht, das habe ich lediglich als Unterlage gemacht, damit ihr immer seht, was ich vorhabe. Wen es dennoch interessiert, in einem 3D-Programm kann man eine zweidimensionale Form um eine Achse drehen und so einen 3D-Körper erstellen. Ebenso wird für das Schnittmuster der Vase das Seitenteil so oft wiederholt, dass es einen Körper ergibt. Und für oben und unten eine Steckscheibe, die die Teile zusammenhält. Selbstverständlich ein Loch für die Blumen. Ich habe mir die Vase wie erwähnt als Unterlage in Lightburn geöffnet und auf eine passende Größe gebracht. Ihr könnt euch jetzt nach Lust und Laune eine Wunschform malen oder im Internet eine Suchung. Am besten sucht ihr nach dem Begriff mit dem Wort Silhouette. Damit findet ihr geeignete Schwarz-Weiß-Bilder. Achtet darauf, dass sie gleichmäßig ist. Eine gebogene ist zwar lustig, aber um einiges aufwändiger. Die Kontur eurer Wunschform könnt ihr über einen Rechtsklick mit der Funktion Bildverfolgen erzeugen. Wer wissen möchte, wie das Bildverfolgen genau geht, ich habe dazu schon ein ausführliches Video gemacht. Da dieses ein reines Schwarz-Weiß-Bild meiner Vase ist, ist die Standard-Einstellung perfekt. Die Kontur liegt auf einer neuen Ebene. Mein Vasenbild benötige ich nicht mehr. Und wer erst hier einschaltet, meine Unterlage habe ich, wie gesagt, nur damit ihr wisst, was ich gerade vorhabe. Die erzeugte Außenkontur versetze ich nach innen um 10 mm. Darauf achten, dass die Richtung nach innen eingestellt ist. Da ich die Außenkante mit einem festen Wert nach innen kopiert habe, deckt sich meine Vorstellung nicht ganz und muss ein wenig angepasst werden. Zunächst aber schalte ich die Ausgabe der Ebene aus. Das macht sie etwas transparenter. Außerdem setze ich den Modus für das Bild in den Formeigenschaften auf Gesperrt. Das fixiert das Bild an Ort und Stelle. Um die Außenkante und die versetzte Linie zu einem Objekt zu machen, subtrahiere ich sie voneinander. Um hier zu keiner Verwirrung zu führen, nutze ich einzig die Markierungsreihenfolge A-B. Bedeutet, von diesem Teil will ich das Teil abziehen. Für die Öffnung der Vase setze ich ein Rechteck, ungefähr auf den Bereich meiner Vorzeichnung. Markiere beides und richte sie in vertikaler Mitte aus. Wobei dieser Schritt eigentlich unnötig ist. Und jetzt heißt es wieder, von diesem Teil will ich das Teil abziehen. Die Bereiche oben und unten für die Steckplatten möchte ich etwas massiver. An dieser Stelle ziehe ich mir ein Rechteck auf. Da später alle Seitenteile gleich sind, brauche ich dieses auf der rechten Seite natürlich nicht. Das Rechteck mit der Seite verschweißen. Ich passe das ein wenig an meine Unterzeichnung an. Auch wenn hier ebenso gut eine Ecke bleiben kann. Man kann sicher alles messen und konstruieren. Und dass es noch viele andere Wege gibt, ist sicher klar. Ich möchte es hier möglichst einfach halten, damit jeder mitmachen kann. Hier war also eine kleine Ecke eingeplant. Mit dem Knotenwerkzeug kann die Linie angepasst werden. Sobald ich das Werkzeug aktiviert habe, erscheinen auf meinem Pfadobjekt die Pfadpunkte oder auch durch die Funktion Knotenpunkte genannt. Diese können nun mit verschiedenen Optionen der Funktion die Linien oder Ecken meines Objekts verändern. Und damit die Linie nicht so herumtanzt, drücke und halte ich bei der Bewegung die Shift-Taste. So bewegt sie sich nur noch horizontal oder vertikal. Der fehlende Versatz nach links kommt gleich noch. Da ich wie erwähnt oben und unten verstärken möchte, passe ich auch unten die Breite an und trenne die beiden Seitenteile mit einem Loch. Rechteck aufziehen. Nun wieder nacheinander. Von diesem Teil will ich das Teil abziehen. Vom Loch aus ziehe ich ein weiteres Rechteck für meine Verstärkung auf und verschweiße beide Teile. Linke und rechte Seite gehören trotz optischer Trennung immer noch zusammen. Aber jetzt bilden sie, durch das neue Loch, was die letzte Verbindung war, eine Gruppe. In so einer Gruppe ist das Seitenteil nicht mit dem Knotenwerkzeug bearbeitbar. Die Gruppe muss erst aufgelöst werden. Gruppenmitglieder, Seitenteil links, Seitenteil rechts. Jetzt kann ich mit dem Knotenwerkzeug die Ecke etwas abrunden. Wie erwähnt, das ist nicht unbedingt eine notwendige Anpassung. Ein gewisses Gefühl an Material sollte man haben, damit zu kleine Teile nicht gleich brechen. Dann lieber etwas verstärken. Die Ecke ziehe ich wieder mit gedrückter, gehaltener Shift-Taste etwas runter. Und da mir auf dieser Strecke ein Punkt fehlt, ergänze ich ihn, indem ich den Mauszeiger an gewünschter Stelle der Linie positioniere und die Taste I drücke. I steht für Insert und ist zum Einfügen von neuen Kontrollpunkten gedacht. Ich positioniere den Punkt als neue Ecke. Jetzt müssen noch die passenden Slots für die Steckscheiben erstellt werden. Damit die Steckscheibenslots und die Slots der Seitenteile auch passen, zeichne ich mir die Scheibe und die Slots passend ein. Meine Scheibe aus MDF hat eine Höhe von 2,65 Millimeter. Damit das Ganze schön stramm sitzt, bekommt der Slot eine Höhe von 2,6 Millimeter. Ihr solltet das an eurem Laser und Material unbedingt testen. Es ist ärgerlich, wenn es nicht passt. Meine Planung 3 Millimeter Tiefe für die Slottiefe in der Scheibe. Das heißt die Slottiefe der Seitenteile ist genau 3 Millimeter kleiner zu erstellen als der Radius der Scheibe. Um mir die Tiefe und Position für die Seitenteile zu markieren, ziehe ich mir ein Hilfsrechteck nach innen auf. Jetzt kommt die Scheibe dran. Über die mittige Ausrichtung sollen beide Seiten der Steckscheibe meine geplanten 3 Millimeter bekommen. Also gebe ich ein Plus 6 Millimeter in der Breite. Mit einem weiteren Hilfsrechteck zeichne ich mir den Slot ein. Das Rechteck der Steckscheibe und den Slot der Scheibe brauche ich gleich und schiebe beides nach oben. Mein Hilfsrechteck für das Seitenteil ziehe ich nun etwas länger. Und wie heißt es so schön? Von diesem Teil will ich das Teil abziehen. Die neu entstandene Ecke werde ich noch an meine Unterzeichnung anpassen. Für unten das gleiche in Schnell. Scheibe einzeichnen, Länge und Höhe an die Materialstärke anpassen, ein Rechteck für den Slot des Seitenteils einzeichnen, Scheibe um 6 Millimeter verbreitern und mit einem weiteren Rechteck ihren Slot einzeichnen. Und damit ist das Seitenteil fertig. Man hätte jetzt auch ganz einfach nur einen passenden Kreis schneiden können, aber ich möchte es, wie bei der Bauweise, meiner gezeigten Lampen mit Slots. So kann jedes Teil ganz genau positioniert werden. Das ist ziemlich einfach, also keine Sorge, dafür habe ich ja meine Scheibe maßhaltig gezeichnet. Ich schiebe sie mir an die Seite. Und drehe sie mit dem Slot noch um. Sicher, das kann man auch so belassen, aber ich mag es einfach so. Ich setze beide Scheiben mit dem Mittelpunkt auf gerade Koordinaten. Das hilft mir gleich noch in der Kopierfunktion, die mag nämlich nur zwei Stellen hinter dem Komma. Zunächst die Scheibe für oben. Wenn man sie auswählt, verrät sie einem ihre Höhe. Da ich bequem bin, kopiere ich mir diesen Wert und ziehe einen Kreis mit diesem Wert auf. Ihr müsst darauf achten, dass das Schloss zu ist, damit Höhe und Breite gemeinsam den Wert bekommen. Der Kreis, die neue Scheibe, ist nun endlich rund. Ich setze sie auf den Mittelpunkt. Ist die Ausrichtung auf Mittelpunkt eingestellt, erkenne ich auch meine Koordinaten wieder. Möchte der Kreis nicht auf den Mittelpunkt einrasten, dann kann das an den Einstellungen liegen. Hier sollte bei Schnappen der Punkt an Objekten Ausrichten aktiviert sein. Wenn diese Funktion mal bei der Arbeit stört, kann man sie einfach temporär während des Verschiebens mit dem Drücken und Halten von STRG und ALT-Taste deaktivieren. Da der Kreis jetzt meine volle Größe hat, kann ich den Slot einfach etwas nach außen vergrößern. Wenn eine Fläche über den Rand hinausgeht, hilft es beim Subtrahieren von Flächen. Mit der Funktion Kreisförmige Anordnung verteile ich als nächstes den Slot um den Kreis herum. Hier sehe ich auch gleich meinen Wert der x-Koordinate von –175.00. Wie erwähnt nur zwei Stellen hinter dem Komma. Der y-Wert benötigt den Mittelpunkt der Scheibe. In y-Richtung hatte ich ihn auf eine Koordinate von 90 mm geschoben. Objektkopien drehen muss aktiviert sein. Und ich habe mich für 40 Kopien entschieden. Das Hilfsrechteck lösche ich. Um auch eine Blume einstecken zu können, fehlt mir noch ein Loch. Zur Orientierung greife ich mir grob das Maß des vorgesehenen Lochabstands ab. Und zeichne mit dem Maß einen weiteren Kreis ein. Jetzt die beiden Kreise. Von diesem Teil will ich das Teil abziehen. Die Slots gruppieren. Dafür alles markieren und mit gedrückter STRG-Taste die Kreiskombination wieder abwählen. Die Auswahl dann gruppieren. Und nun die Slots aus dem Kreis schneiden. Also wieder, von diesem Teil will ich das Teil abziehen. Die zweite Scheibe wird natürlich genauso erstellt. Einzig, dass hier andere Koordinaten für den y-Wert einzutragen sind. Jetzt brauche ich nur noch die Scheiben plus 40 Seitenteile zu schneiden. Ich habe euch das mal ausgerechnet. Bei meinen bestellten MDF-Platten A3 mit einer Vasenhöhe von 32 cm habe ich vier Platten benötigt. Ich habe hier übrigens den X-Tool mit 40 Watt in Betrieb. Damit sind das ca. 60 Minuten. Bei einem 20 Watt Laser würde sich das natürlich erhöhen. Und bei einem Stückpreis von 1,56 Euro macht es einen Gesamtpreis von 6,26 Euro. Bis bald. 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 Mein zweites Projekt, ein kleiner Holztritt, natürlich ebenso zum Download für euch. Meine Materialstärke 16 mm. Es holzt Fichte. Ich habe mir in Lightburn eine Zeichnung dazu erstellt. Ein Laser ist kein Spielzeug. Laserstrahlen sind gefährlich, man sollte sich unbedingt gut schützen. Für einen sicheren Arbeitsplatz sollte neben einer guten Absauganlage und einem geschlossenen Gehäuse zwingend eine Schutzbrille in passender Wellenlänge getragen werden. Trotz der Schutzblende können die kleinsten Reflektionen ausreichen, um zu erblinden. Kinder und Tiere haben in diesem Raum keinen Zutritt. Bei mir solle er als Blumenhocker stehen. Für einen festen Stand solltet ihr vielleicht etwas mehr Stärke einplanen. Ich bin aber kein Statiker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja Wünsche oder Ideen, die ich mal für euch umsetzen kann. Mir jedenfalls hat wie immer die Arbeit am X-Tool Spaß gemacht. Nicht nur die ungemeine Kraft, sondern vor allem die Beständigkeit. Der X-Tool D1 schnurrt und macht keine Probleme. Und natürlich zaubert einem die Geschwindigkeit durch die 40 Watt ein kleines Lächeln ins Gesicht. Bis bald. Ich freue mich auf euch. Dicke Dragon Küsschen. Dicke Dragon Küsschen.